Jo Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial auf der Playstation 4. Heute möchte ich mit euch mal eine Boeing 747 bauen, die wurde sich schon sehr oft gewünscht. Jetzt habe ich ein schönes Tutorial für euch zusammengestellt, was die Boeing 747 auch sehr gut aussehen lässt. Ich finde, die sieht sehr gut aus, liebe Leute. Ich habe hier unten schon mal ein bisschen was hingebaut, das erkläre ich euch gleich. Aber vorab möchte ich sagen, ich benutze wie immer das Stadt-Texture-Pack und ja, auf der Playstation 4 spiele ich auch. Ich glaube, das habe ich gerade schon mal erwähnt. So, so lang ist auf jeden Fall die Boeing 747. Wir gehen mal ein bisschen runter. Wir fangen hier am Anfang mal an zur Erklärung. Das ist auf jeden Fall hier vorne. Das ist die Bereifung vorne in Form von Bedrock. Dann habe ich hier einfach drei Schwarzeichenzäune übereinander gesetzt und miteinander verbunden. Dann habe ich diesen Streifen hier reingebracht. Der soll signalisieren oder anzeigen, dass wir 25 Blöcke bis zu der nächsten Bereifung haben. Ich zeige euch das nochmal von oben. Also 25 Blöcke von der vorderen Bereifung bis zu der hinteren Bereifung. Dann lasst ihr bitte drei Blöcke hier zwischen frei. Ich glaube, bildlich sieht man das auch ganz gut, wie das alles so gemeint ist. Ja, die Bereifung hinten ist eine Viererbereifung. Da seht ihr das zwei und nochmal zwei sind vier. Dann wieder mit den Schwarzeichenholzzäunen verbunden. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Natürlich auf der anderen Seite genau dasselbe. Es ist jetzt gerade nur wichtig, dass ihr euch die Abstände merkt, dass hier drei Blöcke Abstand sind. Und dann nach rechts hier 25 Blöcke bis zur ersten Bereifung sind. Dann kommen wir jetzt zum hinteren Bereich. So, hier sind es ein paar mehr Blöcke. Hier sind es 36 Blöcke von der hinteren Bereifung. Ich glaube, bildlich sieht man das wirklich ganz gut. Bis nach ganz hinten. Wir fahren mal dahin. So lang ist dann das Flugzeug. Hier hinten ist dann das Flugzeughack. Und ja, das habe ich gemacht, damit ihr ein bisschen so die Ausmaße seht von der Boeing 747. Damit ihr nicht erschrocken seid, wenn ihr dieses große Flugzeug anfangt zu bauen und euch erschreckt. Warum ist das so groß? Deswegen zeige ich euch mal so die Maße. Ja, dann kommen natürlich noch rechts und links die Flügel dran. Die Flügel sind ungefähr ab der Bereifung hier unten, wo ich gerade drauf ziele, 26 Blöcke nach hier. Und auf der anderen Seite natürlich auch 26 Blöcke in die Ferne. Das habe ich jetzt nicht angezeichnet, weil ich glaube, dieser Maßstab ist schon mal ein bisschen wichtiger, diese Länge des Flugzeugs. So, liebe Leute, wir gehen jetzt mal zum ersten Bauteil rüber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, für das erste Bauteil benötigt ihr dann polierten Diorit und polierte Diorit-Treppe. So, ich habe was ganz langes hier hingezogen. Es sind drei Blöcke in der Breite, hier kann man das hinten ganz gut sehen. Und 45 Blöcke hier in der Länge. So, ich zeige euch das mal, dass ich das so ganz drauf kriege. Es sind komplett 45 Blöcke von hier. Genau, von der ersten Bereifung. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Setzt einfach die ersten drei polierten Diorit-Blöcke hier so hin. Und dann 45 komplett hier bis nach hinten hinsetzen. Also das ist euer Orientierungspunkt hier, die erste Bereifung. Dann habe ich einfach hier nochmal diese Treppe drangesetzt. Auf der anderen Seite hier auch einfach diese Treppe an den 45er-Blöcken drangesetzt. Dann hier vorne habe ich einen Block drangesetzt. Einen Block vor der Bereifung. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Da. Und dann auch nochmal eine Treppe drangesetzt. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also das wäre dann das Bauteil Nummer 1. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Bauteil rüber. So, beim nächsten Bauteil gehen wir mal hier nach vorne. Habe ich dann eine nächste Linie drangesetzt. Ihr orientiert euch bitte. Hier ist die Bereifung. Ihr orientiert euch bitte an dieser Treppe. Hier habe ich den nächsten Block drangesetzt. Natürlich einen nach außen gesetzt. Und bin dann komplett. Wir können aber erstmal hier vorne bleiben. Habe ich dann nochmal eine Treppe hier vorgesetzt. Und diese Blöcke habe ich dann komplett, wir fliegen mal nach hinten, bis drei Blöcke nach diesem Block gesetzt. Eins, zwei, drei. So kann man es glaube ich ganz gut sehen. Das war ja das erste Bauteil. Hier ist das zweite Bauteil. Drei Blöcke ein bisschen rüber gesetzt. Dann habe ich hier nochmal sechs Blöcke hinten dran gesetzt. Und von oben habe ich das dann halt einfach so ausgefüllt. Insgesamt sind es dann hier neun Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun mal drei. Einfach so dran gesetzt. Und ja, mehr ist es halt noch nicht. So liebe Leute, dann gehen wir zum nächsten Bauteil mal rüber. So, jetzt habe ich die Blöcke für die Tragflächen angebracht. Hier vorne ist zu beachten, dass ihr hier drei Blöcke unten frei lasst. Aber wir konzentrieren uns erstmal hier oben. Das sind zwölf Blöcke. Eins, zwei, drei und so weiter. Bis hier. Ihr könnt auch von hier direkt zählen. Zwölf Blöcke frei lassen. Dann setzt ihr hier eine Schicht Blöcke komplett so drauf. Bis hier hin. Und hier sind es dann 13 Blöcke bis hier. 13 Blöcke hier frei lassen. Und vorne zwölf Blöcke frei lassen. So, dann habe ich unten ein Block hier hingesetzt. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Und habe dann komplett hier diese Blöcke so aufgefüllt hier. Also hier lasst einfach zwei Blöcke frei. Hier oben drei Blöcke. Und hier diesen einen. Dann zieht ihr einfach hier diese Blöcke hier rein. Lasst dann vorne hier drei Blöcke frei. Und hier vorne drei Blöcke frei. Weil ich habe das ja hier alles so ausgebaut. Das habe ich hier alles dran gesetzt. So sollte das dann halt aussehen. Auf beiden Seiten natürlich. Ich glaube, man kann das ganz gut so erkennen. Es gibt nur den einen Unterschied, dass hier hinten dann noch so auch zwar drei Blöcke immer frei gelassen werden. Nur ein Block hier hinten platziert wird. So, für den nächsten Schritt benötigt ihr blauen Beton. Setzt bitte vier von diesen blauen Betonblöcken hier auf die äußersten Blöcke oben drauf. Auf auf der anderen Seite genau dasselbe. Jetzt werden wir ein bisschen die Front verschönern. Nimmt einfach polierten Diorit. Setzt den dreimal so rein. Und einmal so. Dann die polierte Diorittreppe hier, da und hier. Blauen Beton hier hin, da hin. Und hier vorne kommt dann mal zur Abwechslung ein schwarzer Betonblock hin. So sieht das alles von unten aus. Und so sieht das alles schon mal von oben aus. So, jetzt wird wieder der blaue Beton benötigt. Orientiert euch am besten hier an den vier Betonblöcken. Setzt dann hier komplett Betonblöcke bis nach hinten. Ich zeige euch den Punkt, wo es aufhört. Man kann sich hier gut orientieren. Ein Block über die weißen Blöcke setzen. Hier, ich habe das hier so frei gelassen. Den könnt ihr natürlich jetzt hier so zumachen. Dann setzt ihr halt sechs Blöcke nochmal hier dran. Dann hier hinten. Ich zeige euch das mal von unten. Setzt ihr einfach dann drei Blöcke so überstehend hin. Und drei Blöcke nochmal nach hinten halt so. Vielleicht kann man das ganz gut aus dem Blickwinkel erkennen, wie ich das meinte von oben. So sollte das dann aussehen. Das ist ein Block hier, der übersteht von diesem Block. Und dann setzt ihr einfach hier nochmal fünf Blöcke dran. Von oben sind es natürlich sechs, weil wir den ausgefüllt haben hier. Ich zeige euch das jetzt nochmal so von oben, wie das gemeint ist alles. Ich glaube, von oben kann man das ganz gut erkennen. So sollte überall der blaue Beton drauf sein. So, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Bauteil rüber. So, für den nächsten Abschnitt benötigt ihr wieder viele von diesen polierten Dioritblöcken. Ihr seht es wahrscheinlich schon von oben, wie ich die platziert habe. Schaut euch das einfach an. Es ist gar nicht so schwer zu sehen. Da brauche ich auch gar nicht viel zu erklären. Ich zeige euch das mal so ein bisschen in Slowmotion, wie die angeordnet sind hier halt. So, dann habe ich hier den polierten Diorit hier komplett bis nach hinten gezogen. Ich zeige euch den Punkt, wo der Diorit aufhört. Ein Block unter. Ihr könnt euch immer an der untersten Ebene orientieren. Den solltet ihr generell machen. Also, ein Block Überstand von der untersten Ebene. Dann setzt ihr einfach hier nochmal fünf Blöcke so dran. Auch wieder einen Überstand sieht man hier. Dann setzt ihr drei Blöcke dran. Und hier hinten setzt ihr nochmal von dem blauen Beton fünf Blöcke in die Länge hier. Ich zeige euch das nochmal von unten so ein bisschen. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Das hat mir auch immer gut geholfen bei irgendwelchen Tutorials, dass ich das dann immer so gut erkenne. Deswegen zeige ich euch das immer aus vielen Blickwinkeln so. Jetzt nochmal von oben, wie ich das alles so gebaut habe. Hier sind die fünf Blöcke. Da sind diese drei Blöcke, die ihr von außen seht. Natürlich von oben sind es dann vier. Ihr macht hier einfach so eine neuner Platte hier drauf. So. Hier, wie gesagt, diese fünf Blöcke seht ihr hier. Und dann hier die Dioritblöcke bis nach vorne hin. So, liebe Leute, wir gehen jetzt mal zum nächsten Bauteil rüber. So, beim Cockpit hat sich auch schon einiges getan. Ich habe schon mal ein bisschen die Front weiter hier vollendet. Ich zeige euch das mal so, damit ihr das seht, wie das alles hier so gemeint ist. Hier könnt ihr euch am besten immer orientieren, dass immer hier vorne ein blauer Block frei ist. Dann hier zwei blaue Blöcke frei sind. Und hier an der Seite auch wieder zwei Blöcke frei sind. Ich glaube aber, so aus dem Blickwinkel kann man das ganz gut erkennen. Da brauche ich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel zu erzählen. Nur, dass ich hier noch Teppiche draufgelegt habe. Hier in so einem, ja, wie kann man das nennen, Dreieck vielleicht hier. Hier oben zwei, hier unten eins. Hier oben da genau dasselbe. Hier oben in der Mitte eins. Hier an der Seite dann zwei. Hier auch zwei. So sollte dann die Fensterfront aussehen. Hier an der Seite habt ihr dann auch nochmal zwei Fenster. Hier habe ich auch nochmal zwei Teppiche hingelegt. Parallel zu den Teppichen hier oben. Hier oben habe ich dann nochmal zwei Dioritblöcke so hingesetzt. Hier sind auch nochmal zwei Glasblöcke drunter. Oder hier ist ein Glasblock drunter. Also zwei Glasblöcke nach vorne. Dann setzt ihr erst die zwei Dioritblöcke hier oben hin. So. Ich fahre nochmal so ein bisschen rum, damit ihr einen besseren Eindruck bekommt, wie das Flugzeug von vorne aussehen sollte. So. Dann habe ich hier vorne nochmal Blöcke drangesetzt. Der Block war ja schon da. Also mit dem Block 16 Blöcke einfach bis nach hinten ziehen. Auf der anderen Seite genau dasselbe da. 16 Blöcke einfach bis nach hinten ziehen. Bis dahin. Und dann gehen wir mal zum nächsten Bauteil rüber. So. Als nächstes setzt ihr bitte, orientiert euch hier an den Glasscheiben und an diesem Block, beziehungsweise an den zwei Teppichen. Setzt einfach hier ab den zwei Teppichen die nächste Blockebene bis hier hin. Das heißt, dass ihr immer noch hier sechs Blöcke so frei habt. Daran kann man sich, glaube ich, ganz gut orientieren. Dann geht ihr wieder nach vorne. Natürlich auf der anderen Seite diesen Block oder diese Ebene auch hinsetzen. Dann geht ihr nach vorne, orientiert euch hier dran. Setzt dann hier eine Dreierbreite rein. Das heißt, ihr macht das Dach dann schon zu. Dann fahrt ihr einfach bis zu dieser Ebene hier. Hier muss dann eine Blockreihe frei bleiben, beziehungsweise so sieht das dann erst aus. Zwei Blockreihen. Dann setzt einfach hier noch ein Block davor. Dann sollte das ungefähr, auf jeden Fall, nicht ungefähr, sollte so dann aussehen. Wenn ihr das dann so fertig gebaut habt hier, dann könnt ihr euch einfach weiter orientieren. Setzt dann hier komplett das ganze Dach zu bis nach hinten. Wir fahren da jetzt mal hin, bis ein Block hier über diesen zwei Ebenen. Da könnt ihr euch vielleicht dran orientieren, wenn ich euch das aus diesem Blickwinkel zeige. Ein Block da drüber und setzt hier vorne nochmal einen einzelnen Block dran. So, ich zeige euch das nochmal so ein bisschen von oben. So gesehen ist das Dach auch schon großartig zugebaut. Dann können wir jetzt schon zum nächsten Bauteil rüber gehen. So, hier ist zu beachten, dass ich von den polierten Dioritblöcken hier auf der letzten Ebene nochmal fünf Blöcke hingesetzt habe. Ein Block Überstand hier zur letzten Ebene. So, jetzt kommen wir zum Heck. Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach neun Blöcke hier in Form einer Stufe oder einer Treppe hinsetzen. Das sind dann so eins, zwei, drei, vier, fünf und hier ist dann der neunte Block. Dann setzt ihr hier vier Blöcke hin, beziehungsweise blaue Betonblöcke hin. Vier Stück hier. Dann zwei runter. Dann wieder vier nach unten. So ein bisschen versetzt. Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Dann wieder drei nach unten. Und dann nach hinten zwei Blöcke. So sollte dann das Heck aussehen, beziehungsweise die Form. Jetzt könnt ihr das einfach nur noch hier ausfüllen. Das werde ich gleich mal eben so machen. Ausfüllen und dann habt ihr auch schon einen Großteil des Hecks fertig. So, als nächstes habe ich schwarz gefärbtes Glas schon mal in das Flugzeug reingesetzt. Orientiert euch am besten hier vorne. Hier diese zwei blauen Blöcke freilassen. Dann setzt ihr immer ein Glasblock rein. Mit einem Block Unterschied. Immer einen Block freilassen. Bis hier hinten zum Ende. Das heißt genau bis hier hin, liebe Leute. So, dann habe ich hier nochmal versucht, ein Lufthansa-Logo hier reinzubauen. Ihr könnt natürlich irgendeine Flugflotte hier, irgendeine Fluggesellschaft reinbauen, wie ihr möchtet. Ich habe das jetzt so gemacht. Wenn ihr es wissen wollt, ich habe hier gelbe Keramik reingesetzt. Und dann einfach mit Schwarzeichenknöpfen dieses Logo so ein bisschen dran gebaut. Damit man es von Weitem ein bisschen erkennt. So, dann habe ich hier schon mal die Heckflügel bzw. einen Heckflügel fertiggestellt. Ich zeige euch den mal so, wie er aussehen sollte. So sollte er aussehen. Ich habe mich orientiert, wo ich den angefangen habe zu bauen. Erstmal an den letzten drei weißen Blöcken orientieren. Dann setzt ihr, was habe ich hier eigentlich genommen? Glatten Stein habe ich dafür genommen. Sechs von diesen glatten Steinblöcken dann hin. Drei Blöcke hier hinten freilassen von den weißen. Dann setzt er einfach hier fünf davor. Dann geht ihr hin, nimmt ihr drei Blöcke hier weg. So, und setzt hier drei hin. Hoppala. Drei hin, zwei hin und ein Block hin. So sollte das dann aussehen. Ich schaue mal eben auf der anderen Seite, ob das identisch aussieht. Das sieht aber ganz gut aus. Dann geht ihr hin, setzt hier oben die nächsten drei Blöcke hin. So, und dann setzt ihr hier nochmal zwei Blöcke so einfach dran. Ich glaube, so erkennt man das ganz gut. Dann habe ich hier einfach diese Steinstufe genommen. Habe mich hier orientiert. An dem weißen setzen wir immer neun Blöcke hin. Eins, zwei, drei. Sechs und neun. Hier setzen wir einen Block hin. Dann wieder neun Blöcke. So, drei haben wir. Sechs und neun. Und hier machen wir das genauso. Nur, dass wir hier acht Blöcke haben. Sechs haben wir. Sieben, acht. Das heißt, der neunte Block bleibt einfach frei. Den lassen wir so. Jetzt schauen wir uns das mal ganz von hinten nochmal an. So, sehen die Heckflügel dann aus. Sind nicht schwer zu bauen. Und man muss so wissen, wo man sie ansetzen muss, um die so zu bauen. Ja, liebe Leute. Wir gehen mal zum nächsten Bauteil rüber. Für die Flügel benutze ich den glatten Stein. Das heißt, ihr setzt den bitte hier an. Dann lasst ihr einen polierten Dioritblock frei. Setzt dann zwei Blöcke hier dran. Ein Block. Und wieder zwei Blöcke. Das ist der Anfang. Zwei, eins, zwei. Und dann setzt ihr 20 von diesen einzelnen Blöcken hier in die Reihe diagonal bis zum Ende. Ich fahr mal so hin. So, das ist der Block 20 hier. Dann setzt ihr vier Blöcke hintereinander. So wie es hier auch ist. Dann drei Blöcke. Und dann setzt ihr einfach von diesem dritten Block diagonal immer zwei Blöcke bis zum Ende des Flugzeugs. Dann solltet ihr auf jeden Fall zwei Blöcke hier von Abstand hier an dem Flugzeug landen. Dann habt ihr auf jeden Fall den Flügel oder die Form richtig gebaut. So. Und wenn ihr den Flügel jetzt hier komplett ausgefüllt habt mit dem ganzen glatten Stein hier. Komplett ausfüllen den Flügel. Dann geht ihr hier wieder zum Anfang hin. Weil wir jetzt die zweite Schicht drauf holen. Orientiert euch wieder hier an den zwei, eins, zwei Blöcken. Die setzt da bitte so hin, wie sie hier gerade zu sehen sind. Dann geht ihr drei einzelne Blöcke. Eins, zwei, drei. Diagonal in die Richtung. Ja. Dann zieht ihr einfach, ich glaube, acht oder neun Blöcke wanders. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Blöcke nach hinten. Bei dem letzten Block hier. Dann könnt ihr hier auch diese vier Steinblöcke hier nochmal hier vorsetzen. Geht nach hinten. Hier müsst ihr dann immer drei Blöcke haben. Zwei Blöcke haben. Zwei Blöcke. Und nochmal zwei Blöcke. Dann könnt ihr das Ganze hier einfach auch ausfüllen. So, wie es hier gemacht worden ist. Dann braucht ihr hier diese Steinziegelstufen. Setzt hier jeweils zweimal davor. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Hier auch zwei. Dann geht ihr hier zur vorderen Seite. Setzt hier an den letzten vier Blöcken einfach nochmal die zwei Ziegelstufen hier vor. Orientiert euch einfach so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja. Dann geht ihr hier in drei Blöcke. Zwei Stufen. Das sind natürlich auch drei Stufen. Zwei Stufen. Und fünf Stufen. Dann könnt ihr das alles hier auch innerhalb ausfüllen mit den ganzen Stufen. So. Dann hier hinten habe ich mit blauem Beton, ich weiß gar nicht wie man diese Dinger nennt hier an den Flugzeugen. Ihr seht es ja. Vier Blöcke dran gesetzt. Drei Blöcke und oben nochmal zwei. Ich finde das sieht ganz schön aus. So als Abschluss des Flügels. Dann brauchen wir natürlich noch hier die Turbinen. Da orientiert euch am besten hier an den Stufen. Hier an der zweiten Stufe setzt ihr einfach dann hier unten drunter. Da ist die zweite Stufe. Setzt da einfach drei von diesen Steinstufen hin. Seht da. Die eine Steinstufe geht, äh, der eine Steinblock geht auch hier in die Turbine mit rein. Dann nochmal drei Steinblöcke hinsetzen, nur dass einer hinten übersteht. Dann die Turbine einfach dran bauen. Ja. Einfach dran bauen. Das zeige ich euch jetzt. Hier hinten die zweite Turbine orientieren an der letzten Stufe hier. Hier setzt einfach drei von den Steinblöcken hin. Hier auch wieder die drei Steinblöcke hin. Dann nimmt er einfach zwei Dioritblöcke. Setzt sie schon mal hier hin. Dann nimmt er Diorittreppe. Setzt drei Stück hier dran. Hier auch drei dran. Gehen sollte das auf jeden Fall. Dann hier die Blöcke dran. Hier unten auch drei Blöcke hin. Natürlich die Seite verschließen wir auch mit drei Blöcken. Und dann einfach hier diese Treppen rundherum verteilen. Das ergibt dann eine schöne Form. Dann sieht das nicht allzu eckig aus. So. Dann nehmt ihr nochmal Eichenholzfalltür. Setzt hier rein. Klappt die um. So haben wir dann schon mal die Turbine fertig gebaut. Beziehungsweise die Turbinen. Weil es sind zwei Stück. So liebe Leute. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Bauteil. So die Boeing 7-7 ist jetzt auch fertig gebaut. Komplett. Jeder Block ist gesetzt worden. Leute guckt euch einfach mal diese schöne Form an. Ich finde es ist echt ein schönes Flugzeug. Einer meiner schönsten Flugzeuge aus den Tutorials. Auch einer meiner größten Flugzeuge. Ich muss dazu sagen. Das Tutorial ging auch für mich. Ja. Recht lange für euch. Nicht so lange. Weil ich einiges natürlich rausgeschnitten habe. Ich hoffe. Ich konnte euch einiges hier zeigen. Wie ihr das Flugzeug am besten baut. Ich hoffe. Ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Ich habe gerade nochmal einiges abgecheckt. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich finde die Form. Alter. Die ist so geil. Auch die Größe des Flugzeugs. Gefällt mir sehr gut. Ihr müsst einfach mal schauen. Wenn ihr das Flugzeug auch mal aus einem anderen Blickwinkel seht. Wie jetzt von weitem. Sieht einfach geil aus. Zieht euch mal diese Form aus. Äh. Form rein. Wenn ihr einen Flughafen habt. Dann müsst ihr die auf jeden Fall da platzieren. Weil ich finde doch. Die gefällt mir auch sehr gut. Ihr könnt natürlich hier auch eine ganz andere Flugflotte raus machen. Ich habe jetzt so ein bisschen. Ähm. Mich an der Lufthansa orientiert. Mit dem ganzen Blau. Mit dem Lufthansa Logo. Was ich da hinten kreiert habe. Eigentlich wollte ich noch. Hier seitlich. Wo ich gerade auch drauf zeige. Lufthansa Banner dran setzen. Mit dem Schriftzug Lufthansa. Aber ich habe zu viele Banner auf dieser Welt schon gesetzt. Deswegen konnte ich das jetzt nicht machen. Aber ich würde euch das raten. Im Nachhinein auch noch zu tun. Egal welche Fluglinie. Welche Fluggesellschaft ihr habt. Setzt einfach hier an der Seite so Banner dran. Das sieht echt geil aus. Weil dann erkennt man das Flugzeug dann noch besser. Ja. Ach. Ganz schönes Teil. Muss ich auf jeden Fall sagen. Hat echt. Ja. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Eine schöne Form. Auch vorne hier mit der Boeing. Das ist ja dieser Jumbo Jet. Der so ein bisschen erhöht ist hier. Jo. So liebe Leute. Das war es dann mit dem Tutorial. Ich hoffe euch hat dieses schöne Flugzeug gefallen. Wenn ja. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch dieses Tutorial vorzustellen. Ich hoffe natürlich euch. Ich hoffe natürlich. Dass ich euch damit auch ein bisschen so weitergeholfen habe. Weil es ist ja nicht ganz so einfach Flugzeuge zu bauen. Und wenn ihr andere Flugzeuge sucht. Werde ich die Playlist. Die komplette Playlist einblenden. Wo ich alles. Was ich jemals als Tutorial gemacht habe. Gebaut habe. Dort findet ihr dann einiges. So liebe Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.